Hallo, ich wollte mal ein ganz, ganz kurzes Ostergewinnspiel machen. Kurz sind, ja kurz, also die Sachen sind auch wenig und es ist auch kurz. Ähm, ja, ähm, von der Maßen. Es geht bis zum Ostermontag 23.59 Uhr und ich mache ein Kommentar-Dingsbums. Mann, also jeder ein Kommentar. Ich lose es für mich aus, also ich werde dabei nicht mehr füllen. Und diejenige, die gewinnt, die kriegt eine Nachricht von mir. Joa, so mache ich das, okay? Also vielleicht für die anderen, die, wenn ich die nicht anschreibe, dann habt ihr nicht gewonnen. Also es gewinnt einer und es darf auch jeder nur ein Kommentar schreiben. Und es ist, ähm, kein Abonnentenzwang, das kann jeder mitmachen. Aber nur ein Kommentar. Sehe ich zwei, fliegst du raus. Okay, was könnt ihr gewinnen? Also drei Artikel, einmal ein Nagellack von 11 und zwar, folgendermaßen sieht er aus. Er nennt sich Fire Coral. Ja, ist ein bisschen eingestaubt. Die liegen schon total lange bei mir. Ähm, ja. Dann könnt ihr Gips Me Running gewinnen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also hier ist so ein kleiner Verschluss, oder? Nee, doch nicht. Dann war das bei irgendwelchen anderen Lidschatten, dass da ein Verschluss ist. Okay, und ja, hier steht's, ne? Keeps Me Running. Den könnt ihr gewinnen. Der ist seitdem unbenutzt. Ja, ein bisschen staubig, aber. Und ein, ähm, 11 Pinsel. Ich hab jetzt mal meinen auch mitgebracht. Ich weiß nicht, warum der neu steht. Aber ich hab meinen eigenen dazu mal gehalten. Und ich glaube, der ist neu, weil er ein bisschen kürzer ist. Seht ihr das? Er ist kürzer. Und die Haare sind auch kürzer. Ich weiß nicht, wie er ist. Ich hab's, ähm, bestellt. Also für euch, weil ich, wenn ich ja schon einen hab, dann brauch ich ja nicht noch einen. Das ist halt eben so ein günstiger Pinsel. Wenn er nicht gut ist, dann tut's mir ja leid, ne? Dann schmeißt du ihn einfach so weg, oder so. Ähm, ja. Ich kann ja leider irgendwie nicht sagen. Ich weiß nicht, warum der neu ist. Warum sie den irgendwie weggemacht haben. Joa, aber der Name ist ja gleich. Hm. Okay, die drei Artikel könnt ihr gewinnen. Es geht, heute ist ja Samstag. Also sozusagen von heute an bis Montag, Ostermontag, ähm, 23.59 Uhr. Bitte an diejenigen, die unter 18 sind. Ich möchte ein Foto von, von eurer Mama oder Papa oder eurer Erziehungsberechtigten. Ähm, also so ein Dreizeiler, ja, bla bla, die Adresse da verwendet werden. Meine Tochter oder mein Sohn, ähm, darf die Artikel zugeschickt bekommen. Oder wie auch immer. Gott, ich bin so schlecht in den Sätzen formulieren. Das ist nicht mein Ding. Ja. Ja, also das muss dann, ähm, auf jeden Fall sein. Wenn jemand gewinnt, der unter 18 ist, über 18 ist natürlich kein Problem. Ähm, ne? Wisst ihr ja selbst. Okay. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Habt schöne Ostern. Viel Spaß beim Sachen suchen. Ähm, ich werde für meinen kleinen Bruder auch was verstecken. Obwohl, so klein ist er nicht mehr. Der ist ja schon 15. Ja. Ähm, schöne Ostern. Und, ja, verbringt es schön mit eurer Familie. Und, ja, ich drücke euch die Daumen, ne? Tschüss. Let's go.